So, damit kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe, nämlich Eliminier, Raptor, Zenith oder Schwarzherz. Ich werde das Ganze... lol, ich bin schon in die Runde reingekommen, da war der Bus schon so weit weg. Ich werde hier hinten den versuchen, den würde ich euch eigentlich auch empfehlen. Denn ihr könnt eigentlich das kleine Haus im Vorne direkt looten und dann zu ihm gehen. Dann, das Ganze könnt ihr auch in Gruppenkeile machen. Ich habe mich nämlich damals erschrocken, weil ihr wisst ja, Level macht doch ziemlich viel Spaß. Und was war das Problem? Richtig, auf einmal war da ein Bot, der gegen mich kämpft. Das hat mich total verwundert. So, dann des Weiteren. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Es sind 80% meiner Aufrufe, die noch kein Abo da gelassen haben. Also, wer ein bisschen Liebe da lassen will, gerne auch Creator-Code eintragen, YT-FamilyEck. Und dann würde ich mal sagen, probieren wir einfach mal unser Glück, weil er hat mich auch schon das ein oder andere Mal hops genommen. Oh nein! Ah, er kämpft noch mit ihm. Und er hat ihn schon besiegt. Na toll! Aber auf jeden Fall, das hier ist der Landeort. Und er ist auch da in Gruppenkeile. Aber er hat mir leider den Kill versaut. Ich weiß nicht, kann man ihn herausfordern? Ne, herausfordern kann man ihn leider nicht. Also, ihr wisst aber trotzdem, wo ihr landen müsst. Ich werde das Ganze dann jetzt nochmal machen, damit ich die Aufgabe gelöst habe. Oben rechts, oben links im Thumb-Mail werdet ihr es dann gesehen haben, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und ich hoffe, ich komme halt den einen oder anderen weiterhelfen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein! Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe es geschafft.